Wir haben vor etwas längerer Zeit einen Stream gemacht, wo wir Booster-Strecken gespeedrunned haben und haben dort den Weltrekord in der IGT geholt, was es IGT ganz einfach erklärt. IGT bedeutet In-Game-Time, das bedeutet quasi die Zeit, wo wir nur Strecken fahren, war die schnellste der Welt zu dem Zeitpunkt des Runners und den wollte ich euch nicht vorenthalten und hier auf YouTube für euch bereitstellen, damit ihr wisst, wie ihr auf 200cc jede Strecke zu fahren habt. Naja, bestimmt ist irgendwo auch ein Fehler drin, ganz klar. Aber ja, wenn euch das Ganze gefällt, gerne einen Daumen nach oben da lassen, abonnieren, Glocke aktivieren. Ich habe gesehen, beim letzten Speedrun-Video, es gefällt euch sehr gut, immer noch, wenn ich hier die Speedruns hochladen, deswegen mache ich das für euch natürlich. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch, gerne in die Kommentare schreiben. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zu irgendwelchen Strecken, dann probiere ich sie so gut wie möglich in Textform zu beantworten. Aber jetzt würde ich sagen, rein in den Run, let's go. Ludwig, Iggy und Morten, sagst du. Was pingt mich denn jetzt? Okay. So, die Wette sieht relativ interesting aus, Leute. 13.000 auf Jahr, Digga, heilige Scheiße. Ihr Belieft, aber. Junge, Junge, Junge. Nice, 10 Korn. Was ist das? 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 Der Mulgeschmack von Funky. Einfach so ein Piratentuch. Was ist das? 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 Oh, was? Oh, was? Oh, was? Und hat mich weggedrückt? Was ist das? 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 Ja, ja. Wien. Ja, alles super. Wir speedrunnen heute. Eigentlich wollte ich Launchspielen. Eigentlich wollte ich bisschen online weiterspielen, aber Launch hatte heute mal wieder Clown Tag. was auch immer das für ein ultra low trade war grüß dich willkommen im stream schön dass du da bist genieß es lehne dich zurück wette mit bei der kanalwette hat mir noch zwei coins optimal aber ich habe auch noch keine wand grüß dich doch mal der taunde kommen wenn wir hier noch eine mit Das ist Lieblingsgott, wollte mich schon wieder grüfen. Bisschen Coins verpasst, deswegen ein bisschen was verloren. Aber minus 1,5 ist okay. Minus 1,5 ist okay. Das ist okay. das war kein smt ja so wichtig ist ja auch nicht ich weiß dass das hier klappt hier hoffentlich sind wir sehen schön aus dem rum war das gold split aber minus 00 so die drei maps entscheiden immer einiges über einen run deswegen jetzt fokus wenn ich jetzt ein bisschen weniger auf den chat eingehen die drei maps sind wichtig ich habe eine extra mitgenommen und hier alle drei die letzte sollte ich gleich bekommen dann einfach weiter fahren alter decay was machst du denn da schönes für rich sky gone alter dk grüß ich doch kann bei der wei glaube ich habe ich noch nicht gewusst ja aber die bords waren nicht so schlimm weil die war jetzt nicht ihr seht ja ich habe 0,1 verloren ist keine devastating bot kommt und ich bekomme blau egal egal Oh mein Gott, der war perfekt, aber ich habe keine Coins bekommen. Der Nist war perfekt, aber leider nur Coins, nur Coins. Die Nists sind eigentlich wichtiger. Okay. Nice. Ich bin seit 30 Minuten da, habe ich dich noch nicht begrüßt? Ich bin ein Gumbelotischer, Junge, Gumbelotischer Pass, Digga. Junge. Ja, keine Sorge, Schikane ist da, es kommen noch einige Maps. Auch die Schikane-Map. Wahrscheinlich wie die heute läuft. Okay, kein Trick. Wild. Ich sehe es gerade, Dukan hat heute nicht beliebt. Das hat funktioniert. Wie man das hat funktioniert. Das ist immer sehr gefährlich, wenn man den Trick dann nicht bekommt. Man ist da sehr im Risiko runterzufallen. Aber... Einfach zu gehen. Nice. Aber nicht so schlimm. Richtig gut, holy shit. Schönes Ninja. Schönes Ninja. Mache das, Toad. Oh Gott, Dukan. Nee, heute kämpfe ich für die Believer. Und wer going nach Deiner? Oh Gott. Oh Gott. Das war's für heute. Das wird unser erster Gold-Split sein. Holy shit, das ist unser erster Gold-Split. Wer hat null gesagt? Wer hat null gesagt? Oh mein Gott, was ein Split. Heilige Scheiße. Das war so perfekt gefahren, Digga. Hilfe. Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hilfe, Hilfe. Hilfe. Da, den Husten nicht verpasst. Nicht so schlimm, aber du hast schon ein bisschen was. Hm. Ja, was schon. Nice. Okay. Bisschen was verloren, leider. Ein paar Dinge waren nicht gut ausgeführt, aber minus 0,3, mein Gott. Oder plus 0,3, besser gesagt. Ist okay. So, Kalamari und Pinball. Zwei weitere Maps, die gerne Runs killen. Mal schauen. thing wie immer. Ah no. So, dann sind diese Kid schon immer Smoothie. So, dann nochmal das unsere melon. Ich bin nicht im Zug gelandet. Ich bin ein bisschen hängen geblieben, aber ist okay. Vollig zu viel Offroad-Karten mit dem Hopf. Wie lose ich denn da so viel? So schlecht war der Run jetzt nicht. Was? Vielleicht Ladezeit oder sowas, I don't know. So schlecht war es jetzt nicht gefallen. Klar, ich bin einfach mit dem Offroad hängen geblieben, aber das ist jetzt nicht eine Sekunde gewesen. Danke dir! Ich weiß nicht, wer noch beliebt. Ich glaube, Hanno und Mila haben beliebt, oder? Okay. Ich glaube, ich bin schon hart. Ich hab das nächsten Mal den Muslim ausprobiert. Wie geht es? Es gibt alles. Ich habe vielleicht nicht das Penis oder Sieg noch ein Widerfeld. Ich gehe jetzt noch sehr. Ich nehme einen Widerfeld. Ich bin den Widerfeld meiner Weg. Nachbar nichts. Nein! Man kann es sich nicht dit machen, aber nicht nur ein Widerfeld. Mal früh die 10 Coins, das ist auch mal eine erfrischende Neuerung. Schön. Ich mache noch einen neuen Schuss. Ich habe eine Lange, aber ich habe noch einen ganzen Schuss. Ich habe noch einen Schuss. Ich habe noch einen Schuss mehr. Ich habe noch einen Schuss. Gott splitt Holy shit Let's freaking go Pinball Pro Pelaka Oh my god Ach ja, Sidney. Gute Erinnerung an diese Map. Wo ist nur Flo? Wo ist es? Ja. Wo ist es? Ja, jeder kann das zu. Masken, aber zack. Wo ist das? Wo ist es wichtig? schön 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 so etwas sehen ja sie müssen sie eher hören so snowland snowland schmowland ja ich lasse mich aber nicht eingahren von diesem speedrun ist nach mary mountain nach mary mountain beginnt der ernst büß dich leon Nice, nice, nice. Minus 10 nach Snowland ist wild. Mal schauen. Not attached, wie man sagt als speedrunner, not attached around. Erstmal Gorge. Okay, seit längerer Zeit keine Coins mehr. Okay, ich hab nur 7 Coins. Nicht gut, nicht gut. Ah, Klingel. Gut gesehen. Safe. Wenn ich die neue Strat nicht gelernt hätte, hätte ich mich das jetzt umgebracht. Das hätte mein Run gekillt. Wenn ich nicht gelernt hätte, wie man damit umgeht, wenn man schon auf dem zweiten grünen Schwimmen landet. Deswegen danke, Alter. So. All righty. Sky High Sunday. Consistent Map. Vielleicht geh ich jetzt in Coins Lab 1. Das wär gut. D.K.s Riesenflinten. Jaja, der hat ein ultra fettes Auto wieder. Bei D.K. haben sie echt immer einen Monster Truck gegeben, die Entwickler. Jeder D.K. Bot hat einfach fette Reifen. Okay. Okay. 3. Ich hab keine 10 Coins left. 3. 5. 5. 5. 1. 5. 5. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Alter, D.K., was machst du denn da? Was? Schön. Marius, bist du 3? Aha. Ach, auf Toadstircet kann jeder weiterkommen. So, Rockrock Mountain. Nice. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Was ist leider wichtig? Was ist leider wichtig? Nice, ich glaube ich habe sogar ein bisschen was gesaved Ja, voll 2 Okay, Berlin Auch viel Fehlerpotenzial, die Map Diesmal will ich den Trick bekommen, Ende Lab 1 Diesmal will ich den bekommen In letzter Zeit hat er öfter nicht funktioniert Jetzt muss er es aber Ich habe wieder eine Coin gemessen, auf der Map Coins müssen wir es wirklich ganz fatal Deshalb ist Anfang Lab 3 Nicht Full Coins in letzter Zeit Eigentlich holt man hier dann die zehnte koin. Dass da noch der Trick rauskam, hat mich so verwirrt, Jäger, Hilfe. Da passt alles. 1.2 ungefähr mehr. Let's go, Peach Gardens. Mal schauen. Ey, ich seh schon die Map nach Peach Gardens, ne? Heilige Scheiße. Bitte. Diesmal nicht. Mal pass' ich diese Koin da, ey. Ja, wenn die Rampe gleich das wieder macht, dann spiel ich nie wieder diese Kategorie. Das war Leben am Limit. Nicht failen, bitte. Dankeschön. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, oh. passt trotzdem gesaved okay bitte 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 man das muss jetzt kann man muss jetzt einfach klappen wenn ihr jetzt meinen puls sehen würde okay focus alle coins bekommen excellent die rampe hat diesmal nicht gezogen das mistvieh er muss ja nur lab 1 muss nur 1 an die rampe das ist ja das gute hätte ich ja die dreifache chance ok wir haben mal das pace hinter mary mountain gebracht sieben ist wieder eine map auf der wir gut zeit sehen können deswegen keinen fehler machen einfach den drei sekunden timegain mitnehmen und weiter geht's eine koin verkauft ich habe 1,2 decent in der Klappe in der Klappe in der Klappe oh shit nice minus 3,8 let's go alright weiter geht's auf Amsterdam so das einzige was jetzt noch richtig zerbumsen kann entweder ein ganz ganz beschissenes Moonview Highway Yoshi's Island und ja DK Summit DK Summit ist glaube ich das wo doch am was schlimmste passieren kann mal schauen ich habe die Laterne gebogen aber das ist ok nicht so viel ist so schön ich habe die Laterne gebogen glaube ich das ok Ja, okay. Riverside. Oh, Vancouver, schon Vancouver kann auch noch einiges passieren, aber das wird schon. Riverside. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Let's go, okay. Diese Map. Wir müssen sie jetzt überleben. Ja, okay. Das ist sehr gut. Oh, oh, der war ganz schlecht, heilige Scheiße. Okay. Passt aber noch. Absolut, die Scheiße sind nächste Runde nicht beschissen. Ansonsten haben wir ein Problem. Aber ist gut. Okay. 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 Let's go. Okay, nice. Nice, nice, nice. Nicht ganz perfekt, der Nisklab 1 war wirklich shit. Trotzdem minus 0,3. Ich hab fast diese Krabbe gehittet, ne? Heilige Scheiße. Oh shit. Kein gutes Yoshi's Island. Space könnte jetzt schon komplett out of time sein. Mal schauen. Da verlieren wir ein bisschen. Man kann, dass ich den Weg jetzt 3 nicht bekomme, aber ist okay. In dem Such ist es dann mein Gott. Ich mach ihm auch die Bots mal auf. Wär auch nett. Ist okay, wir werden ein bisschen was verlieren. Oh, it's fine. It's fine. Ja, eine Sekunde. Okay. Ja, die Wolke war nochmal wichtig. Sonst hätten wir ja noch 2 weitere Sekunden verloren wahrscheinlich. Wenn ich die nicht bekommen hätte. So. Dankok. Ich bin gut. Ich muss ihn nicht besser auf. Ja. Ich bin kein Weg. Ich bin kein Weg. Ich bin ein Non-Geräusch. Ich bin ein Problem. Ich bin ein Problem. Das war's für heute. Das ist okay. Gut, Mario's circuit. Danach wollen wir das Stadium. Ich hab noch einen ganz guten Timesafe auf Athen, das weiß ich. Ich kann auf Kupa Cape saven, wenn ich gut bin. Mal schauen. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab noch keine Träume bekommen, weil der Bot da weg war. Geht Donkey Kong bitte. Holy shit. Das ist okay. Laluigi Stadium. Ich hab ihn. 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 Irgendwie funktioniert. Schalt. Wyn. Ich hab ihn. Jeden Tag von A bis Z, von morgens bis abends Quatsch erzählen. Ja, da hat er kurz Offroad geklickt und eine Coin verpasst. Nice. Ein großes gelbes G. Oh Mann. Okay, Athen. Athen ist wichtig. Auf Athen können wir so zwei Sekunden saveen. Mit einem soliden Run. Deswegen hier auch nochmal fokussen. Ja, von Daisys Dampfer ist dann ja offen, dass man nicht in der Wand landet. Eine Coin, das ist ganz schlecht. Kein guter Start, aber alles ist besser als irgendwo hängen bleiben. Wie, was zum, was macht ich denn? Egal, Run lebt. Einfach zu Ende fahren, die mir. Okay. 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 Nice timesave, okay. Neun Coin Run, lol. Eine Sekunde gesaved, ist okay. So, Daisy Cruiser. Sehr fehleranfällige Map für mich. Und ich bin mir auch immer schwer, hier Coins zu holen. Mal schauen. Ich bin mir in einem. Ich weiß nicht, sogar diese Coin, ne? Die ist eigentlich so wichtig. Ich bin mir in einem. Okay. Hier ist es draus gemacht. Immerhin nirgendwo hängen geblieben. Plus 0,5 ist fallen. Plus 0,6. Moonview. Okay. Wichtig. Nicht im Truck landen. Moonview ist überhaupt nicht langweilig. Jedes Mal musst du aufpassen. Wenn einmal dein Pace durch ist, musst du immer aufpassen, ob ich das nicht auch in die Ecke kommt. Oder ob es sind denn alle Boost Panels außen. Jedes Mal ist dieser Lakitu in meinem Sichtwälder. Und dann noch ein paar? Okay. Ok. Was so gut ist. Und dann noch ein paar Mal. Okay. Okay. squeaky clean hier werde ich probably losen weil mein squeaky clean run ist so insane gut und meiner pb gewesen chancen auf ein game haben wir noch auf koopa cave und ansonsten weiß ich gar nicht wo noch wie war das kein smt mann 5 coins 5 coins 1 smt Okay. Ja, ja, ist okay. Kein High Trick, Lab 1, ja, sehr gut. Ach, den bekomme ich eigentlich auch nur online gefühlt. Okay, Los Angeles. Okay, Los Angeles. Okay, Los Angeles. Ich habe immer ich da keine High Air bekommen. Okay. Sunset Wilds. Okay. 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 kleiner teilen selbst glaube ich ist der dritte oder drei goals blitz und hat viel gesagt ich kriegen wir noch ein irgendwer hat vier gesagt es war eigentlich gar nicht so gut ich habe mich ein smt gemisst aber passt das wird man immer gerne schon mit freien gemisst ja Ich hab Tootslord viel gesagt. Ego Spitz. Nice. Kleiner Time-Safe, ist ok. Oh, gar nicht mehr. Ok. Vancouver, meine Freunde. Vancouver Ich hab pass die 2 Coins, Digga Nicht gut, nicht gut Leider Timelost dadurch Bekommen die erst ganz spät Hier werde ich noch eine bekommen Und gleich 2 hier Okay Oh, wir haben sogar Dürfte Schrecken zuerst fahren? Ja, dürfte man Dürfte man Dürfte Schrecken Dürfte Schrecken Letztens wurde ich von diesem Kettenhund getroffen, ne? Mit einem Run. Das ist der vierte, Tutzloh, du hattest recht. Holy shit. Tutzloh, du hattest recht mit vier Goalsplits, das ist der vierte. Vielleicht kommt ja noch ein fünfter, wer weiß. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Untertitelung. BR 2018 Ich müsste mal diesen Cut da lernen. Der ist mir jetzt im Sweepern so risky, aber ich habe den ja diesmal probiert. Der ist eigentlich gar nicht so schwer wie der hier oben ruf. Der ist nicht so schwer wie der hier oben ruf. Oh, könnte der fünfte sein. Könnte der fünfte Goalsplit sein. Ja, es ist der fünfte Goalsplit. Scheiße, man. Tutzlo hatte doch nicht recht. Es war der fünfte Goalsplit. Okay, da ist die Circuit, Cove und dann der letzte Cut. Wie kann ich denn so viele Coins verpassen, Mann? Okay, dann... Okay, dann... Okay, dann... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sehr, sehr, sehr slow, leider. Schade. Okay, Piranha Plant Cove. Bisschen coven. Bisschen coven. Bro, kannst du in die... Bro, kannst du in die richtige Richtung diften, bitte? Heilige Scheiße. Durch eine Coiner, durch weniger. Oh mein Gott, das ist so schön. Ach maaann, das nervt. Und duk noch das Pace. Komm, komm, komm. Komm. Komm, komm. über zehn sekunden wir gehen in den letzten cup rein madrid der coin verpassen wurde hier von der wand weggedrückt ob ich sie nicht gegründet habe das hat geklappt sehr gut macht es wieder ein bisschen gut das 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 war's. ich hab sogar noch mal Zeit gesaved, let's go, okay, Eisplanet, Eisplanet, bei den zwei maps habe ich jetzt noch mal Respekt und Rainbow Road sollte hoffentlich gut klappen. Ich habe es noch mal. Ich habe es noch mal, aber ich habe es noch mal. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Wenn wir nicht wieder an dieser Ecke hier hängen bleiben. Nicht an der Ecke hängen bleiben. Oh mein Gott, oh Gott. Lieber einfach safe waren, wenn der Bot... Ich mag ja keinen Speaker, nur eine Bot-Bump geben, Freunde. Ohne einen etwas beschisseneren. War aber trotzdem Gain, oder? Ja. Wäre wahrscheinlich so ein bisschen mehr gewesen. Wahrscheinlich so... Wir haben jetzt schon elf Sekunden vorne oder so, aber passt. Okay, Rainbow Road Wii. Hoffen wir, dass hier nichts schief geht. Ist aber die sicherste der letzten drei Maps, würde ich sagen. Mal schauen. Ja so dass ich nichts machen könnte. Eine, die hat richtig zu verlie明ten. Ja da ist das, was ich dir so? Ja da bin ich jetzt im Fahne. Ja. Ja da sind... Ja da sind wir. Ja, da sind wir... Wir dagenieren die Türen. Wir haben alles. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020